Hallo, hier ist Christiane Haas. Kruspel, Kruspel, Knusper, Knusper. Jetzt hört ihr eine neue Folge von den Comic-Cookies. Cookies, Comic-Cookies, lecker. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 138 eurer Comic-Cookies. Eine ganz besondere Ausgabe, denn dieses hier ist die Weihnachtsausgabe der Comic-Cookies. Sie ist ganz beschaulich, sie ist schön, sie ist warm, sie ist kuschelig. Ich habe mir schon meinen Kinderpunsch aus der Mikrowelle geholt. Und wenn irgendwie Schnee läge und ich Weihnachten nicht so abgrundtief abartig finden würde, wäre ich jetzt voll in Weihnachtsstimmung. Naja, machen wir uns nichts vor. Ich habe mir hier noch in diesem Fall zwei weitere Herren mit ins Boot geholt, die mega Bock auf Weihnachten haben. Ich begrüße zum einen die Weihnachtselfe Breedstorm. Guten Abend, meine Damen und Herren. Unser Weihnachtsreentier Patrick. Ich setze im Grinch-Pulli da, aber ja, seht's ruhig. Ja, der Weihnachtsgrinch wäre in dem Fall ja der Andi gewesen, als der gehört hat, wir machen eine Weihnachtsaufzeichnung, eine Weihnachtsausgabe. Hat er keinen Bock gehabt und sich zurückgezogen? Das ist schlecht. Aber ne, im Ernst, auch an der Stelle wieder aus gesundheitlichen Gründen kann der Andi jetzt leider nicht dran teilnehmen. An der Stelle auch wieder mal gute Besserungen. Ich bin der andere Andi und ich freue mich mega, heute Comics vorstellen zu können. Und bevor wir in die Runde gehen und uns gegenseitig fragen, was wir eigentlich besprechen wollen, möchte ich gerne noch einen Veranstaltungshinweis hier lassen. Denn es gibt sowas, das nennt sich Comics in Bayern. Das ist eine Initiative des Illustratorenverbandes. Und die machen ganz viele tolle Sachen. Das sind engagierte Menschen aus der Comics-Szene, die diverse Veranstaltungen, sagen wir mal, stemmen. Auch so 24-Stunden-Comics und sowas. Und am 20. Januar 2024 findet der zweite Establishing-Shot statt. Das ist eine Veranstaltung, die im Gegensatz zum ersten Shot, diesmal für alle Comic-Interessierten geeignet ist. Und wer möchte, kann sich gern von 10 bis 18 Uhr im Monat, kennen Sie ja, im Hildebrandhaus in München einfinden. Dort werden vier spannende Vorträge stattfinden, alle mit Comic-Bezug. Und im Anschluss gibt es noch ein Diskussionspanel, in dem, so ist der aktuelle Plan, kritische Themen in Comics quasi auf die Bühne gebracht werden und dann in irgendeinem Zusammenhang quasi besprochen werden. Ich sag mal so, nichts Genaues weiß man noch nicht. Das wird sich aber demnächst bald ändern. Und es ist relativ wahrscheinlich, dass ich auch vor Ort sein werde und bin da vermutlich gut eingebunden. Das Ganze sind also genauso diese Vorträge, wie ich sie zum Beispiel auch in Erlangen total liebe, mit anschließendem Q&A an vielen Stellen auch. Und wer in München ist oder eben extra anreisen möchte, ist herzlich eingeladen, das zu tun. Am 20. Januar 2024, der zweite Establishing Shot der Aktion Comics in Bayern. Und zwar im Monat Kenziah im Hildebrandhaus. Jo, dann war keiner von uns, sowohl es ursprünglich geplant oder zumindest mal im Raum stand, lieber Patrick, bei der Comic-Con in Stuttgart. Sie hat aber jetzt aber schon ein verschiedenes Feedback von hier und da bekommen, unter anderem vom Kollegen Andi Papelitzki oder auch von der lieben Berne aus München. Die waren beide dort und die hatten jetzt konkret, sag ich mal, wirtschaftlich gesehen, schon so eine gute Ausgabe in diesem Jahr. Bestätigen aber auch, zumindest der Andi, dass die Comics nicht das sind, was sich da verkauft ist. Und in Andis Fall ist es halt dieses Doppelkopfblatt, was er so macht. Wir waren alle nicht da. Patrick, du bist nicht spontan doch nach Stuttgart gereist und hast es keinem verraten, oder? Nee, nee, ich war nicht da. Das waren einige Bekannte, wie jetzt Michael Wild, Sascha Derp. Es gab also auch wieder einen Comic-Bereich. Ein Themenschwerpunkt war das aber auch hier eher wieder nicht, sondern was du überwiegend mitbekommen hast, waren die vielen Stars, die natürlich wieder da waren auf einer Comic-Conway, in denen sich das wahrscheinlich eher rentiert, dass überhaupt erst die Messe aufgemacht wird. Ich finde das auch schade, dass der Fokus da immer weiter weggeht vom Comic und mehr auf sowas kommt. Was daraus werden kann, haben wir ja schmerzlich bei der Frankfurter Buchmesse irgendwann erlebt. Ja, absolut, da ist viel passiert. Wir sehen jetzt natürlich auch, dass das trotzdem ein erfolgreiches Konzept ist, Con. Ja, okay, es heißt Comic-Con. Ja, okay, es hat nichts mehr mit Comics zu tun und wir beschweren uns da eigentlich seit Jahren drüber. Aber eigentlich ist es ja so, dass die Veranstaltung selbst erfolgreich ist. Es kommen immer mehr Leute. Es geben auch immer mehr Menschen Geld für Dinge dort aus und das ist ja das, was auf so einer Con im Vordergrund steht irgendwie. Also Endkunden und Consumer zu befriedigen. Aber wer Comic-Veranstaltungen sucht, der muss halt wirklich dann die Klassiker wie das Comic-Festival München, den Comic-Salon in Erlangen oder jetzt beispielhaft eben auch diesen Establishing-Shot, der auch in München stattfinden wird, aufsuchen. Oder die unzähligen anderen tollen Festivals da an der Stelle auf jeden Fall auch mal. Der Hinweis, keine Ahnung, nach Berlin, ja, die Comic-Invasion und wie sie nicht alle heißen. Ich brauche mich jetzt hier nicht zum x-ten Mal wiederholen. Aber so eine Comic-Con, die ist halt nicht der Ort, auf dem wir Comics suchen und vor allem finden. Auch wenn Panini ständig dort aufschlägt, na, die wohnen halt da um die Ecke quasi, kann man nichts machen. Das Bühnenprogramm auch hat überhaupt keine Comic-Inhalte mehr, also nicht mal so ein bisschen mehr. Und insofern kann das eine schöne Veranstaltung sein, die man sicher gern besuchen kann. Aber solange ich da keinen Job kriege, fahre ich da nett hin. Was an dem Wochenende auch noch erschwerend hinzukam, war, dass ein Bahnstreik mal wieder war. Also es war wirklich für einige angereiste Comic-Künstler fast schon ein Ding der Unmöglichkeit, wenn sie nicht noch einen Tag extra im Hotel gebucht haben, dann von Donnerstag auf Freitag da hinzukommen. Das glaube ich sofort. Da hat die Bahn natürlich wieder mal einen Bärendienst für die Wirtschaft erwiesen. Danke dafür. Sehr gut. Ja, das war so ein bisschen alles, was ich jetzt noch vorab zu erzählen hätte, zu Dingen, die mir so eingefallen sind. Kon war... Monat seit langem, dass wir nichts über irgendeine Kon berichten im Vorfeld. Oder kaum was. Auch weil du Frankfurt angedeutet hattest, ich kann auch noch nichts Konkretes sagen, aber ich bin guter Dinge, dass der Comic im nächsten Jahr auf der Frankfurter Buchmesse eine deutlich präsentere Rolle spielen wird. Stay tuned, wie wir coolen Influencer so sagen. Ey, so oder so, wir werden es uns ansehen, wir werden wieder berichten. Also so ist es nicht. So machen wir das. Worüber wir auch berichten, sind Comics. Kaum zu glauben ist aber so. Wir besprechen an dieser Stelle jeweils heute drei Comics und dann einen gemeinsam in der Cookies Code Authority. Und da widmen wir uns den ersten beiden Bänden von Vater Milch, einer Reihe von Uli Oesterle. Und mal gucken, den Jungmann habe ich vor kurzem auch interviewt. Das wird die Dezember-Ausgabe des Telestammtisches werden und da kriegt ihr bestimmt auch noch einen spannenden Ausschnitt von diesem Interview hier im Anschluss an unsere Ausgabe 138 der Comic Cookies. Ja, vorab aber drei Comics individuell quasi vorgestellt. Lieber Breedstorm, was hast du uns heute mitgebracht? Dabei sind das Karma-Problem von der Edition Moderne, Fashion-Victims, Trendverächter von Avant Verlag und Falco aus dem Hause Knesebeck. Mega. Patrick, was hast du dabei? Ich bin mal wieder Mainstreamiger beziehungsweise franco-belgischer geworden. Ich habe von Thibaut, der Schlumpf der von Himmelfiel, von Thunfisch. Dann habe ich die Bestie Band 2 von Sidru und Frank P. und damit noch ein bisschen Weihnachtsfeeling in dieser Weihnachtsausgabe aufkommt, Batman Noel von Liebermeo. Voll gut. Bei mir gibt es einen Kindercomic und zwar nicht irgendeinen Kindercomic, er ist erschienen beim Thunfisch Verlag und trägt den Namen Elmar. Also Thunfisch, auch wie bei Patty gerade ein Comic, in dem Fall angeblich ein Kindercomic, was das bei Thunfisch verloren hat und so. Reden wir gleich drüber. Außerdem spreche ich über einen dieser Klassiker, den ich immer mal auspacke hier, in dem Fall von Neil Gaiman, mein, glaube ich, erster Neil Gaiman-Comic namens Coraline. Und obendrauf gibt es einen Webtoon, denn ich lese abends zum Einschlafen immer was, das ich richtig gut finde. The Adventures of God oder ich glaube nur Adventures of God heißt es sogar. Auch das wird voll toll und ist eigentlich eine Besprechung der ganzen Plattformen, nicht bloß des Comics, aber ihr wisst ja inzwischen, wie das bei mir funktioniert. Ja, lieber Breedstorm, dann fang doch mal an mit deiner ersten Besprechung für heute. Ja, das wäre dann das Karma-Problem vom Reto Glor. Und der gute Reto Glor hat Franco-Belgisch gezeichnet, also er war Verfechter der Linie Claire in der Schweiz, hat dann aber leider Multiple Sklerose bekommen, also MS, und konnte danach ja im Laufe der Zeit nicht mehr richtig mit seinen ursprünglichen Zeichenstiften und so weiter zeichnen, sondern hat sich beigebracht, durch seine Krankheit dann mit Maus und Computer zu zeichnen. Multiple Sklerose ist ja eine Nervenkrankheit, die wirklich schlimme Schäden hervorruft. Ich hatte eine Kollegin, die diese Krankheit auch hatte und am Anfang wusste man, sie hat das, aber das ist nicht großartig aufgefallen, aber im Laufe der Zeit ist durch diese neurologische Autoimmunerkrankung einfach ihr Nervensystem hart angegriffen worden. Also wissenschaftlich wird erklärt, bei ihr wurden quasi die, also bei der Krankheit, die Markscheiden, also die elektrisch isolierende äußere Schicht der Nervenfasern im zentralen Nervensystem angegriffen. Das heißt, Sachen lassen sich schlechter koordinieren, Fingerfertigkeit sinkt und so weiter. Man hat es gemerkt, dann fielen Sachen runter. Irgendwann konnte sie kein Auto mehr fahren, irgendwann konnte sie auch kein Bus mehr fahren, nicht mehr richtig arbeiten und ist dann letztendlich auch mit, ich würde Mitte, Ende 40 gestorben. Und deswegen hatte ich da einen starken Bezug zu dieser Krankheit, weil ich das so mitbekommen habe, wie schlimm das ist und als ich gehört habe, es gibt dazu einen Comic von einem, der auch noch betroffen ist, nämlich Retoglor, habe ich mir den geholt. Die Edition Moderne hat das Ganze rausgebracht und ja, ich muss halt sagen, ich hätte mir, wenn ich die Zeichnungen gesehen hätte und hätte die Story nicht gekannt, hätte ich mir den nicht geholt, weil mir das dann zu mechanisch, zu einfach gewesen wäre. Es ist, ja, wenig, also es ist größtenteils schwarz-weiß mit ein paar blauen Akzenten drin, das Ganze koloriert und beschreibt größtenteils seinen Krankheitsverlauf. Also letztendlich von der Diagnose, wie das Ganze losgeht und wie sich das Ganze dann weiterentwickelt, was er alles versucht, um vielleicht, ja, der Krankheit doch noch ein Schnippchen zu schlagen und letztendlich aber daran scheitert. Also es ist wirklich sehr spartanisch gezeichnet, was aber natürlich daran liegt, dass er das halt mit Maus und Computer gezeichnet hat und das auch sehr einfach koloriert gehalten, aber hier geht es tatsächlich nicht für mich zumindest um die Zeichnungen, sondern es geht wirklich um das, wie er diesen Krankheitsverlauf beschreibt. Also dass er von verschiedenen Ärzten, wo er sich unterschiedliche Meinungen holen lässt, von verschiedenen Heilmethoden, die er anwendet. Also er ist affin auch für alternative Heilmethoden, wo ich, wenn ich das jetzt so lese, sage, ja, okay, ein bisschen Hokus-Pokus, was da mit ihm getrieben wurde und warum macht er das und er glaubt, es kommt alles davon, dass er Süßungsmittel zu sich genommen hat, weil das ihm manche Gurus so erzählen und so weiter. Aber natürlich ist es so, wenn du so eine schwere Krankheit hast und eigentlich merkst, wie es dir jeden Tag ein bisschen schlechter geht und du immer weniger machen kannst, dann bist du natürlich auch empfänglich für solche Botschaften, für alternative Heilmethoden und Ähnliches. Und ja, der Comic endet eigentlich damit, dass er das Ganze akzeptiert und ich habe ein bisschen nachgeforscht. Also er hat dazu auch Lesungen veranstaltet, wo er verschiedene Panels hier gemacht hat, so ein Publikum erklärt hat, aber es tatsächlich dann geendet, was abzusehen war. Also 2019 ist der Autor dann tatsächlich auch gestorben und ja, wie ihr schon hört, ist es natürlich kein Feel-Good-Comic, aber um diese Krankheit zu verstehen, um zu verstehen, was mit einem Menschen vor sich geht, der aus der Mitte des Lebens gerissen wird und plötzlich von einer wirklich schlimmen Krankheit mit potenzieller Todesfolge bedroht ist, ist es schon ein sehr lesenswerter Comic. Habe ich richtig verstanden? Das eine, wenn ich gerade die Hauptmotivation für dich gewesen ist, diesen Comic zu lesen, dass du da auch einen privaten Zugang zu hattest, eben aufgrund deiner Kollegin. Genau. Sonst hatte ich von der Krankheit noch nie was gehört. Leute, die das haben, werden früher oder später teilweise echt hart angegriffen und sind dann größtenteils zu Hause. Also so war das zumindest bei ihr auch. Ich habe jetzt noch ein bisschen nachgelesen, also es muss nicht unbedingt bei jedem so sein, aber es ist trotzdem immer noch eine potenziell tödliche Krankheit. Das muss man natürlich mal ganz klar auf jeden Fall sagen, dass jegliche Kritik, die man hier eventuell üben würde, natürlich auch ganz deutlich davon abzugrenzen ist, dass die Person natürlich krank war und dass man das natürlich jetzt immer ein bisschen schwierig ist, dann natürlich vielleicht etwas Negatives zu sagen. Dennoch bleibt nicht von der Hand zu weisen, dass das, wie du schon sagst, aus den offensichtlichen Gründen recht simpel daherkommt. Das wird rein optisch gesehen nicht mein neuer Lieblingscomic werden, ist aber zumindest interessant gestaltet. Was mich tatsächlich aber auch irgendwie so ein bisschen abschreckt, ist schon auch die Textlastigkeit, die ich hier in der Leseprobe erkennen kann. Zieht sich das durch den ganzen Comic? Ja, also es sind sehr, sehr viele Talking Heads zu sehen und er beschreibt auch sehr oft, was er empfunden hat, wenn bestimmte Dinge eingetreten sind, dass er da nochmal einen Urlaub gemacht hat, wie dieses oder jenes eingeschlagen hat mit der Wirkung, was er vielleicht eingenommen hat. Und das ist schon sehr textlastig. Aber trotzdem ist es ein Innen-Einblick in den Verlauf dieser Krankheit. Ja, davon hatten wir zuletzt auch noch was anderes. Ich weiß noch genau, dass der Philipp Kulek, der ja für ganz viele Verlage ganz viele tolle Sachen macht, mir auch Comics empfohlen hatte. Und ich glaube, hieß der Invictus oder so, da muss ich gerade nochmal genauer schauen, da ging es auch darum, dass in dem Fall keine Krankheit, ich glaube, das waren Kriegsversehrte oder in irgendeiner Form Menschen mit Behinderung, dass die nochmal irgendwie dann da auch irgendwie so ein Komis kriegen. Also letztlich auch wieder einen Comic-Zugang zu Krankheitsbildern bieten soll. Genau, jetzt habe ich es hier gerade vor mir. Invictus von Tim Fiedler ebenfalls erschienen im Avant Verlag, wie auch ein anderer Comic, den du heute vorstellst. Und da geht es ja um Menschen, genau die bei der Bundeswehr in so einem Rehabilitationszentrum sind. Also natürlich kann sowas, können Comic das ja generell sein, ein Medium, um einen Zugang zu Thema und meinetwegen jetzt auch zu Menschen mit Krankheiten oder zu Menschen mit Behinderung sein. Ich weiß immer nicht so genau, ob das effektiv dann auch funktioniert oder die Absicht dahinter eine höhere ist als das Ergebnis. Und ob das dann oft vielleicht auch nur Leute kaufen, und die dann in irgendeiner Form auch von diesem Thema betroffen sind. Aber es ist schön, dass du sagst, dass dir das grundsätzlich gefallen hat, auch wenn scheinbar klar ist, wie es ausgeht. Patrick, das ist noch kein Gute-Laune-Comic heute, aber würdest du kurz den Augenblick reinwerfen? Mich erinnert das von der Entstehungsgeschichte her sogar an einen Comic- oder Graphic-Novel, wie man das auch nennen will, den ich vor langer Zeit hier mal vorgestellt habe, von Emil Ferris, am liebsten mag ich Monster. Die hatte ja diesen West-Neil-Virus. Also sie wurde von einer Mücke oder von irgendwas gestochen und war dann deswegen von der Hüfte abwärts gelähmt, konnte nicht sprechen, konnte nicht die rechte Hand bewegen und hat sich dann mit einem Kugelschreiber damit behauptet und hat dann wieder angefangen, zeichnen zu lernen dadurch. Sie kann bis heute noch nicht richtig da laufen, weil er sich davon nicht erholt hat. Aber eine ähnliche Kerbe von Entstehungsgeschichte erinnert das daran. Und am liebsten mag ich Monster, hat mich ziemlich umgehorn, falls ihr euch noch erinnern könnt. Und das ist schon allein wegen der Entstehungsgeschichte schon sehr interessant, auch wenn mir der Zeichens-Din nicht zusagt. Aber ja, was meckern wir da drüber? Es ist wirklich schön, dass dieser Comic überhaupt entstanden ist. Also Interesse ist trotzdem vorhanden. Sehr gut. Ja Mensch, Patrick, dann würde ich sagen, gehen wir gleich bei dir zur ersten Besprechung über. Ich fange jetzt mal soft an mit einem. Die Schlümpfe-Spezial, der Schlumpf, der von Himmel fiel, von Thibaut. Thibaut kenne ich zum Beispiel auch von dem Niki-Spezial, also von einem der Homage-Bände und von Raoul. Raoul war so eine nette Fantasy-Parodie und ich habe mir von diesem Band erhofft, dass es eine Schlumpf-Parodie ist. Und muss jetzt sagen, wer davon genervt ist, dass die Schlümpfe so viel mit Schlumpf, Schlumpf, Schlumpf reden, der wird damit keine Freude haben, weil da wird extrem viel geschlumpft, dass jemand davon wirklich geschlumpft ist, das Handtuch schlumpft. Aber ich habe dann dazu noch so ein paar nette Ursprünge recherchiert. Es gibt wirklich ein paar Bedeutungen für Schlumpf. Und Schlumpf bedeutet so viel wie den Mund voll, so viel Essen, das wie in den Mund passt. Oder hastiges Essen. Oder eine Person, die während dem Essen unschöne Geräusche macht, das ist auch Schlumpfen. Und hier geht es darum, dass ein Schlumpf vom Himmel gefallen ist und der redet normal. Das macht die Schlümpfe alle ganz wahnsinnig. Deswegen begeben sie sich auf eine Abenteuerreise, um nach der Herkunft von diesem normalredenden Schlumpf zu suchen. Ich habe, wie alle, wahrscheinlich so gar keinen Zugang zu den Schlümpfen, vielleicht als Kind gesehen. Sieht ewig zurück. Und ja, irgendwann ist da die Laune verflogen. Und ich habe mir das jetzt wegen dem Hommarspann und weil ich Thibaut mag, durchgelesen. Am Anfang war das, wegen diesem ganzen Beschlumpfe, extrem schlumpfig für mich, also extrem nervig. Und sobald sie dann aber auf Abenteuer-Tour sind, kommen da die Stärken von Thibaut zu tragen. Also dieses Parodistische, die Körper sind überproportioniert. Er hat ein Comedy-Timing, er hat ein Slapstick-Timing und es ist auch wirklich eine nette, schöne Bedrohung, wenn die Schlümpfe sich da jetzt durch die Wildnis schlagen müssen. Es gibt auch ein paar Anspielungen auf andere Comics, die mit dem PU-Universum zu tun haben. Weil er ist jemand, der damit keinen Berührungspunkt hat. Der sagt dann, ja, okay, ist nett. Für mich war das eher in diesen Passagen, wo der Slapstick-Humor und alles zu tragen kam oder wenn die sich drüber aufgeregt haben. Was hatten ihr für eine Logik beim Schlumpfen? Also immer, wenn ihr redet, es gibt keinen Sinn, wie ihr das Schlumpfen einsetzt. Und denen, wo das parodistisch auch gegenüber dem Schlümpfen war, hat das für mich so seine Stärken gehabt und eben dieses Überproportionale, das Tebo hat, da blitzt auch immer wieder so dieses Anarchistische durch. Ich empfinde den fast schon als eine Mischung aus Sergio Aragonus und Trondheim von seinem Zeichenstil. Ich habe sie nicht bereut, den Comic zu lesen, auch wenn es ein bisschen schwer war. Und ich würde mir den eher nochmal durchlesen, als die Schlümpfe auch fessisch. Das fand ich extrem anstrengend, diesen einen Offenbacher Witz in allem Format ausgedehnt zu sehen. Könnte tatsächlich am ehesten noch auch was für mich sein, um da mal einen Einstieg bei den Schlümpfen zu finden. Das Trondheim-Ding hattest du noch Parallele gezogen. Wir hatten ja hier diesen Asterix besprochen. Ja, es erscheint ja auch bei Splitter beziehungsweise Thunfisch. Das normale Schlümpfe erscheint auch bei Thunfisch, oder? Ich glaube, ja. Ja. Aber der wird auch hier bei Splitter gelistet, wenn man googelt. Ja, ja, Thunfisch ist ein Imprint von Splitter. Ah. Ich finde es schön, dass hier mal wirklich eine andere Interpretation zugelassen wird. Alle außer Asterix lassen es zu, dass Spezialbände oder Homagebände gemacht werden. Aber der Asterix, der darf nicht angefasst werden, außer es ist eine Parodie wie von Trondheim. Verstehe. Also ich würde hier, weiß nicht mal, durchblättern oder so, aber es spricht mich halt einfach nicht an. Es ist mir auch so bunt und ich mag es nicht, wenn so viel gute Laune da in so Comics drin ist. Da kriege ich schlechte Laune. Ja, aber das kenne ich. Britsom, ich weiß gar nicht, wie deine Verbindung zu den Schlümpfen ist. Hast du da Interesse dran? Habe ich als Kind gelesen, habe jetzt aber nicht mehr so gesteigertes Interesse dran, obwohl es das in der Bücherei erfreulicherweise zur Verfügung gebe. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht mehr so mein Interessengebiet. Verstehe. Das kann ich komplett verstehen. Also er ist in seinen Reihen, die er selber betreut und geschrieben hat, auch deutlich bissiger, deutlich besser. Das ist jetzt auch nur meine Meinung. Ich würde gerne mal von euch hören, wie ihr als Schlumpffans, Schlumpfleser den Band empfunden habt. Ich fand den nett, mochte den Zeichenstil, aber das Schlumpff hat mich irgendwie genervt. Aber das ist auch nur meine Empfindung. Ja, liebes Publikum, da habt ihr es gehört. Wenn ihr das gelesen habt, ihr vielleicht total der Schlumpffan seid oder eben auch nicht, dann seid ihr trotzdem herzlich eingeladen, uns mal in vor allem unseren Chatgruppen auf Signal und Telegram zu schreiben und dort zu schreiben, wie ihr die Schlumpfe findet. Ob ihr das hier gelesen habt, diesen Band, den der Patrick vorgestellt hat oder ob das einfach total nicht euer Ding ist. All das wollen wir von euch wissen. Kommt mal vorbei, schreibt uns, wird schön. Wir posten auch immer mal was auf sozialen Netzwerken, wo man die findet und wie die alle heißen, findet ihr in den Shownotes raus. Und auch da könnt ihr gerne Kommentare abgeben und Feedback hinterlassen. Freuen wir uns immer drüber. Dann möchte ich beginnen mit einer Besprechung zum Comic Elmar, ein Bärenleben. Ein richtiges Märchen, möchte ich meinen. Das ganze Ding erscheint ebenfalls beim Thunfisch Verlag und ich war mir immer nicht so genau sicher, was Thunfisch eigentlich für ein Imprint bei Splitter ist. Und ich dachte immer, das wäre so ein bisschen so ein Cartoon-Ding und das würde ja grundsätzlich auch noch zu den Schlümpfen passen. Aber Elmar hier, Elmar, E-L-M-A ist ein klassisches Märchen und alles nur auf gar keinen Fall eine Geschichte, also ein Cartoon halt. Ist schon ein Kinder-Comic, so wurde er mir präsentiert. Das Szenario stammt von Ingrid Chabert und die Zeichnung von Lea Marseille übersetzt von Anne Bergen ist ein Hardcover mit 88 Seiten und bereits 2021 erschienen. Ich habe hier die PDF gelesen und habe diese PDF beziehungsweise einen Ausschnitt davon auch wieder kleinen Kindern vorgelesen. Ganz offiziell war ich mal wieder im Kindergarten, genau wie auch schon in der letzten Ausgabe. Es gab noch ein zweites solches Event und ich sage mal so, das ganze Ding besteht aus zwei Abschnitten. Einem ersten Abschnitt, in dem wir erfahren, dass Elmar, ein junges Mädchen, von einem Bären aufgezogen wird, den sie auch liebevoll Papa nennt. Der hat sie irgendwann gefunden und großgezogen und scheinbar einen Pakt ist er eingegangen. Denn nach sieben Jahren muss etwas geschehen. Elmar muss zu einem ganz besonderen Ort gebracht werden. Und was bei diesem Ort passiert, das sagt der Elmar nicht. Er sagt nur, komm mit, wir laufen da jetzt hin. Und dieses Abenteuer, quasi der Weg dahin oder zumindest ein Teil dieses Weges, ist die erste Hälfte des Comics. Ja, und in der zweiten Hälfte, wo es dann auf jeden Fall nochmal ein Stück düsterer wird, finden wir dann viele Antworten auf die Fragen, die sich im ersten Kapitel ergeben haben. Das ganze Ding ist recht schlicht. Da ist jetzt auch nicht unfassbar viel Text drin. Vieles wird erzählt über die wirklich wunderschönen Panels. Das ist dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch klar, wie das hier eigentlich enden muss und wie es enden wird. Und gerade wenn man sich die ersten Panels und die Erklärung, wie das Findelkind Elmar irgendwann zum Bären kommt und so, da kann man sich schon eins und eins zusammenzählen. Auch wenn die absolut finalen Antworten natürlich erst ganz am Ende kommen. Ja, aber trotzdem, man ist schnell durch, wenig Text und ob das jetzt was Gutes oder Schlechtes ist, das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Ich will nur sagen, dass ich trotzdem an den Bildern hängen geblieben bin, denn die sind hübsch. Die Figuren sind ganz total blau koloriert und im Hintergrund das alles eher so Orange- und Brauntöne, also Rottöne, sag ich mal. Und die laufen halt durch so einen Wald. Und der Wald ist zeitweise sehr abstrakt, aber immer als Wald erkennbar. Und ich habe mich relativ oft darin verloren, halt hier wirklich nochmal genau zu gucken, wie eigentlich diese Bäume da mit der Grund aussehen. Ich fand es gut. Das ist ein hübscher Kindercomic, den auf jeden Fall auch Erwachsene lesen können. Und der ist vielleicht nicht so mega überraschend daherkommt, aber auf jeden Fall schön. Er ist zeitweise recht düster, also für die ganz Kleinen ist er nicht geeignet. Ich denke auch, also mindestens mal sechs, wahrscheinlich wäre auch sowas wie, keine Ahnung, zehn auch schon okay, damit die halt, sag ich mal, mit dem ganzen Stress, mit der Hektik, mit dem einen oder anderen bisschen Blut, das da auffließt, damit vielleicht einfach besser umgehen können. Je nachdem, was Kids so gewohnt sind. Von mir aber grundsätzlich eine Empfehlung und ein Daumen nach oben. Lieber Patrick, das ist ein Märchen. Das heißt, man kann das auch zu Weihnachten lesen, oder? Ja, kann man. Du weißt, welche Comics ich um die Weihnachtszeit eher lese. Ich verstehe jetzt, worauf du aber hinaus willst. Ja, mir gefällt der Artstyle sehr. Also die Kolorierung ist schon wirklich sehr, sehr schön. Also ja, es ist wirklich ein sehr schöner Kindercomic, den ich auch lesen würde. Ich verstehe auch, wieso du den vorher gelesen hast, weil er eben genug bietet, um die Kinder zu bespaßen. Also auch genug optisches und nicht nur Textwellen, womit die Kinder überrollt werden. Und die Protagonistin, die ist auch echt eine Süße. Also die ist halt so ganz noch neugierig. Die ist noch auch im Kopf ganz jung. Und dann muss er halt mal eine Pause gerade nehmen, weil da ist gerade so eine Ameisenstraße. Und die möchte sich halt eben mal ganz genau anschauen. Das ist schon cool. Und die hat auch einfach Angst, wenn irgendwie schnelle, schreckliche, vielleicht gefährliche Situationen entstehen. Die steht nicht cool über allem drüber. Und auch gerade diese Verbindung zwischen den beiden Figuren, also dem Papa Bär und eben ihr, der Elmer, die funktioniert meines Erachtens schon sehr gut. Die funktioniert auf den paar Seiten Leseprobe, die ich hier beim Splitter finde, schon ziemlich gut. Und wahrscheinlich gefällt mir dann auch der Erkundungsdrang von ihr und dass sie trotzdem ein bisschen Gefahr hat. Genau. Lieber Breedstorm, du hast jetzt was von einem Märchen gehört, von einem Bären und einem kleinen Mädchen. Es ist trotzdem kein Slice of Life. Würdest du deswegen mal reingucken? Also es ist schön bunt, das habe ich schon festgestellt. Bär mit kleinem Kind erinnert natürlich sehr stark an Dschungelbuch. Gibt es da irgendwelche Parallelen oder ist das zufällig? Daran musste ich auch denken. Wirklich diese Dschungelbuch-Parallele, gerade weil wir hier zuletzt so eine Tony-Figur hatten, in dem das Dschungelbuch vorgelesen worden ist. Ja, das ist ganz deutlich. Es sind halt viel, viel weniger Tiere. Es gibt noch ein zweites, spielt aber eigentlich keine erwähnenswerte Rolle. Und das Dschungelbuch, vor allem die Buchfassung, ist ja nochmal deutlich umfangreicher als der Film, den viele kennen. Aber ja, also keine Ahnung. Der Mogli, der ist ja zumindest teilweise doch relativ tierähnig. Genau wie das zum Beispiel auch ein Tarzan ist, der von Affen her aufgezogen worden ist, der dann auch so läuft in den Filmen beispielsweise oder sich so verhält. Hier unsere Elma, die ist eigentlich wie ein kleines Mädchen. Also da ist jetzt zum Beispiel keine, die hat jetzt nicht irgendwie Tierverhalten angenommen und präsentiert sich da einfach wie ein kleines Mädchen. Das ist da jetzt nicht in der Form da. Und die einzige Parallele ist tatsächlich wirklich, dass da ein Begleiter, nämlich ein Tier, ein Begleiter-Tier, die ganze Zeit damit rumläuft. Viel mehr gibt es da eigentlich nicht. Ja, prima. Dann beginnen wir von vorne mit dem zweiten Comic jeweils. Und dann ist der liebe Breedstorm wieder dran. Der liebe Breedstorm hat jetzt Fashion-Victims, Trendverächter von Uli Lust aus dem Wandverlag dabei. Und das ist wieder zur großen Freude aller ein Comic, der ist schon 15 Jahre alt, nämlich aus dem Jahr 2008. Und druckt Comics nach, die noch viel, viel älter sind. Nämlich verschiedene Comics von Uli Lust, die sie in anderen Zeitungen schon veröffentlicht hat. Unter anderem in der Berliner Stadtzeitung oder auch in Strapazin. Und Uli Lust schätze ich ja sehr für ihre autobiografischen Sachen. Heute ist der letzte Tag vom Rest meines Lebens zum Beispiel. Was mir sehr gut gefallen hat. Und da habe ich gedacht, ja, Fashion-Victims ist jetzt nicht ganz mein Thema, aber ich gucke mal rein. Und tatsächlich handelt es sich hier nicht um eine durchgehende Handlung, sondern um eine Milieustudie. Und zwar aus der Stadt Berlin. Denn die gute Uli Lust wohnt ja da. Und da hat sie sich öfters mal in einen Café oder einen Park oder sonst wohin in ein Einkaufszentrum gesetzt und hat einfach mal die Leute beobachtet. Und hat da manchmal so einen Einseiter dazu gemacht. Manchmal so kleine Kurzgeschichten. Und alles ist so ein bisschen in Berlin der mittleren 2000er anzusiedeln. Und wir sehen da schon, da sind eine Menge Hipster unterwegs. Da sind Punks unterwegs. Da sind ein paar ganz komische Leute unterwegs. Es werden sehr, sehr viele Bärte in lustiger Art und Weise getragen. Sehr, sehr viele Strickmützen werden getragen. Es wird viel Fahrrad gefahren. Es werden viele Stringtangas gezeigt. Also es ist eine Milieustudie. Zeichnerisch ist das Ganze sehr schön. Es gefällt mir ganz gut. Aber ich konnte jetzt mit der Erkenntnis, okay, in Berlin wohnen Hipster, merkwürdige Leute und ein ganz, ganz gemischtes Volk. Also es war jetzt keine neue Erkenntnis für mich. Vielleicht kann man das eher schätzen, wenn man dann auch in der Stadt ist. Wenn man so von seltsamen Menschen in der S-Bahn angesprochen wird und die Geister sehen zum Beispiel oder wie Kinder sich auf der Straße beschimpfen, Spielplatz-Szenen. All das hat Uli Lust hier festgehalten. Und es ist im Prinzip eine neue Version von Zille. Zille hat ja Anfang des letzten Jahrhunderts ja so die Szene in Berlin festgehalten. Ist ja sehr, sehr dafür bekannt gewesen für seine Beobachtungsgabe. Und Uli Lust hat genau sowas gemacht und man hat es dann thematisch alles so ein bisschen in diesem Band gesammelt. Also wer sich ein bisschen für die Szene in Berlin und was da so los ist interessiert, weil viele Sachen, glaube ich, sind tatsächlich immer noch so, die hier geschildert werden. Für denen ist das was. Ich war ein bisschen, ja, ich hatte eher was Durchgängiges erwartet, aber natürlich war ich wie immer schlecht vorbereitet, habe einfach nach Autoren und Zeichnernamen gekauft und ja, kann man machen, muss man aber nicht. Klingt nach einem Comic für echte Uli Lust Fans vor allem. Alle anderen lesen Probe. Aber das ist doch bestimmt total schön, oder? Also ich meine, jemand wie Uli Lust, die das seit vielen Jahren macht, die auch als Dozentin unterwegs ist und so, wenn die sich hinsetzt und hinstellt und keine Ahnung was macht, um uns da, ja, dann auch einfach Menschen zu präsentieren. Das muss doch, also es ist, kann man sagen, dass es anatomisch ultra korrekt ist, dass es einfach schön ist. Spielt sie vielleicht hier und da ein bisschen mit der Realität? Wie macht sie das eigentlich so handwerklich? Kannst du da was zu sagen? Ja, da gibt es unterschiedliche Zeichenstile, die sie benutzt. Also bei manchen wirkt schon tatsächlich sehr wie Karikatur. Manchmal ist es auch sehr reduziert, wahrscheinlich je nachdem, wie viel Zeit sie dann hatte, wenn sie im Kaffee oder im Einkaufszentrum oder wo auch immer gesessen hat. Gibt es da schon sehr, sehr unterschiedliche Bildqualitäten. Das ist größtenteils in schwarz-weiß gehalten. Nur die letzte Episode, da kommt einiges an Farbe dann zu Tage. Mhm. Ja, ich vermute mal, Patrick, du hast da jetzt auch keine weiteren Ergänzungen zu, oder? Ich habe mich gerade eher gefragt, wie viele Berliner Milieustudien in Comicform gibt es eigentlich? Da sind uns jetzt auch schon einige über den Weg gekommen. Was ist da jetzt eine Ergänzung? Wodurch stich diese Berliner Milieustudie von den anderen Berliner Milieustudien heraus? Das wäre für mich so die Frage, die mich am ehesten noch interessiert. Puh, also da ich tatsächlich sonst nur noch Zille kenne, kann ich da jetzt wenig zu sagen. Eine Berliner Milieustudie hast du in der letzten Ausgabe vorgestellt, aber das war, glaube ich, eine ganz andere Fokusgruppe. Sonne und Beton? Ja, aber das ist überhaupt keine Milieustudie gewesen, weil die Zeichnerin ja gar nicht aus Berlin kommt. Also die hat, das ist rein ihre Fiktion, die sie mit Bildern ja größtenteils von Neukölln zusammengeklöppelt hat. Also das würde ich jetzt nicht als Milieustudie klassifizieren, tatsächlich. Dafür ist es auch viel zu clean gewesen. Lieber Patrick, dann ist dein Moment für die zweite Besprechung gekommen. Ja, ich habe jetzt, und wir haben da eine nette Mail schon auch von Carlsen bekommen, dass er jetzt Francor bald sein 100-jähriges Jubiläum hat 2024. Da wird es einiges an Spezialen geben. Da passt es jetzt super, dass ich die Bestie Band 2 vorstelle, wo einer der Hauptcharaktere Francor heißt. Und es ist ein Pre-Core, well, whatever, auf jeden Fall die Fortsetzung von die Bestie 1, zum Masu Pilami. Und das spielt 1955. Francor hat leider im ersten Band das Masu Pilami verloren, beziehungsweise musste es abgeben, weil man hat festgestellt, ja, so ein Masu Pilami, das ist jetzt nicht so ein geeignetes Horstier. Man wollte es wegbringen. Aber der kleine Francor kommt dann nicht klar, vermisst seinen Vater, seine Mutter, schleppt einen Anzugträger nach den anderen ab, also Soldaten. Und ihn macht das alles zu schaffen. Also überlegt er sich, wie kann das Masu Pilami, beziehungsweise hier wird er nicht Masu Pilami genannt, sondern Gelbschwanz retten. Und er begibt sich dann auf so eine Erkundungsreise, beziehungsweise Rettungsmission und fliegt dann. Das ist so im Gruben die Handlung. Aber jetzt kommen so ein paar Sachen. Ich würde es nicht Kindern empfehlen. Also hier gibt es wirklich sehr, sehr düstere Töne, die angeschlagen werden. Ich habe an dem Tag so erzählt gesehen, aber bei dem Comic war ich dann so ein bisschen, scheiße, das ist jetzt ein bisschen heftig, weil es hier abgezogen wird. Weil, ja, hier gibt es extreme Tierquäle. Einer schmeißt eine tote Katze in den Herd. Und manche Katzen werden gestreichelt. Du wurdest zum Schlagen geboren. Sagt er, während er sie ins Feuer schmeißt. Und es gibt wirklich viele Szenen, wo auch Tierquälerei eine Rolle spielt, wo Tiere aufgeschnitten werden, wo Tiere misshandelt werden. Wer damit nicht klarkommt, für den könnte der Comic ein Problem sein. Auf der anderen Seite gibt es dann auch immer wieder Momente, wo dann so Slapstick-Humor durchbricht. Also das Masopilami hat hier einen Ursprungsname, der ist El Cola Cola. Schon allein da musst du dann lachen. Oder du hast ein Pferd, das regelmäßig Alkohol trinkt, sich besäuft. Der kleine Francois zieht alles an Tieren auf, was er findet. Bei ihm, der Badewanne, sind zwei Biber, die sich dann auch noch vermehren. Also er hat im Prinzip bei sich zu Hause eine kleine Arche nur. Aber das eine Masopilami, das schien wohl gestört zu haben. Und es gibt wirklich sehr, sehr viele Verweise auch auf andere franco-belgische Klassiker, zum Beispiel Tim und Struppi. Im Prinzip ist es auch so ein bisschen die Origin auf die Masopilami-Comics, beziehungsweise auf Spiru, weil eine gewisse Stephanie, Achtung, Spoiler, spielt hier auch eine kleine Nebenrolle am Schluss. Die meiste Zeit ist ja aber das Masopilami eher Nebencharakter. Und es gibt auch eben wirklich viele Härten. Also ein Kind aus der Gruppe, über das wird sich lustig gemacht, weil sein Vater im KZ vergast wurde. Also wirklich so ein paar Momente, wo ich denke, nee, das würde ich echt kein Kind in die Hand drücken, obwohl es echt sehr, sehr schön gezeichnet ist, sehr, sehr filmisch. Als hätte man hier einen Disney-Klassiker vor sich. Was eben trotzdem mit dem seltsamen Humor konkurriert und dem Slapstick-Humor mit gewissen tragischen Charakteren, also das ist so mit tragischen Charakteren überzogen, dass das Masopilami echt schon der Nebencharakter ist und immer wieder mal vorkommt als besserer Stichwortgeber, um die Handlung in Schwung zu halten. Und ja, auch er sucht nach seinem Vater, denn im Verlauf der Story, also nachdem er das Masopilami befreit hat, ist eine sehr, sehr melancholische, teilweise grausame Geschichte im Zweiten Weltkrieg. Und für mich ist dieser Comic am stärksten, wenn diese Grausamkeit so ein bisschen beiseit gelassen wird, wenn er mit dem Masopilami zum Beispiel den ersten Schnee entdeckt. Wenn die Leute hier einfach nur normale Leute sein dürfen, wenn die die Welt entdecken. Das ist wirklich eine schwere, eine seltsame Mischung, die dieser Comic macht und eher an Erwachsene gerichtet. Mir hat's gefallen, auch das Straßenmuseum in Brüssel, mit dem haben die kooperiert, das kommt hier sehr, sehr viel zu tragen. Aber Kindern, die einen Masopilami-Comic lesen wollen, mit einer ähnlichen Thematik, denen empfehle ich dann doch eher das Humboldtier von Flix. Das ist ein thematisch ähnlicher Comic, nur deutlich kinderfreundlicher, deutlich spaßiger und für Kinder vielleicht nicht ganz so traumatisch. Also das würde ich bei einer deiner Vorlesungen nicht unbedingt vorlesen. Ja, den ersten Teil hattest du ja, glaube ich, hier auch schon mal vorgelegt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist das eigentlich jetzt als etwas Fortlaufendes geplant oder war das klar, dass da ein zweiter kommt oder wie kam das jetzt? Das war klar, da stand Ende erster Teil, aber hier steht jetzt Ende. Und diese Macher, Frank P. und Sidou, die haben hier auch ein Biru-Spezial. Das heißt, das Licht von Borneo, da hat es auch sehr viel mit Tierschutz zu tun gehabt. Tierschutz scheint bei denen eine sehr wichtige Rolle zu spielen. Das begrüße ich. Nur hätten die so ein paar heftige Gewaltspitzen vielleicht drunter gedreht, wäre das auch ein Comic, den man mit Kindern hätte lesen können. So würde ich es eher sagen, Jugendliche, ihr kommt damit klar, aber Kinder könntest du damit vielleicht komplett traumatisieren oder auf dem falschen Fuß erwischen. Trotzdem mag ich diesen Comic genau wegen dieser eigenartigen Mischung aus Slapstick, Trauma, Gefühlvolle Momenten und Masu Pilami verweisen, auch wenn es Masu Pilami fast schon eher in jedem Darsteller in diesem Comic ist, wenn er sehr, sehr auf dem Cover prangert. Aber gibt es denn noch so offene Fragen, die jetzt den dritten Teil zumindest nicht ausschließen? Wenn du eine Fortsetzung machen willst, könntest du die bringen? Ja, auf jeden Fall. Aber so viele offene Fragen bleiben dann nicht. Ah, einen Gag habe ich ganz verpasst. Also es gibt hier auch so Bösewicht, die könnten auch 101 Dei Martina oder so sein. Die wollen dieses Mal so Pilami überwältigen. Und dann meinen die, ach nee, der fühlt sich gerade nicht ganz so gut. Er hat das Schlaffer-Schwanz-Syndrom. Also es gibt hier wirklich viele Schwanz-Witze, die hier gerissen werden. Das ist ja lustig, Schwanz. Ja, genau. Und auch, dass Masu Pilami El Cola Cola heißen muss, das war für mich genauso komisch, wie das Hellboy Angurama heißen muss. Weiß ich nicht, ob ich das gebraucht hätte. Aber alles in allem fand ich den sehr schön. Es ist ein sehr dicker Comic, der auch nur 30 Euro kostet. Nee, 30 Euro, aber es ist auch... Für Frank-Belgier-Verhältnisse ein ziemlicher Brocken. Das sind auch wahrscheinlich so 200 Seiten. Also es ist mal nicht die klassische Albin-Form. Es sind 203 Seiten. Ja, ich hab gut geschätzt. Aber diesmal steht da das endgültige Ende. Ich denke, wenn jemand Siedru und Frank P. fragen würde, ob sie noch einen Masu Pilami kommen, dann bestimmt würden sie es. Und man könnte es ja so drehen, dass jetzt der kleine Frank Hor am nächsten Band vielleicht nach Palumien reißt und jetzt das Masu Pilami besucht, so könnte man auf jeden Fall in den dritten Teil nachschieben. Hm, Bestehung. Oder dass er mit Stephanie, also dieser Außenreporterin, die auch bei Spiru-Comics dabei ist und der vielleicht dahin reist, gibt auch Verweisungen zum Beispiel auch auf das Nest im Urwald. Also am Schluss kriegt das Masu Pilami auch seinen normalen Namen. Ich weiß nicht, hab ich da zu viel gespoilert? Kann man beim Masu Pilami-Comic großartig was spoilern? Das ist eine Frage, die nur du beantworten kannst, lieber Patrick. Ja, schön, Masu Pilami, toll. Ich hab so ein bisschen Bock, ich glaube, das ist wieder so ein Beispiel von, man wagt sich mal von der Hauptfigur weg und deswegen ist es für mich endlich mal interessant. Ich glaube, das wäre tatsächlich die Version von Masu Pilami, die mich wohl noch am ehesten interessiert. Hast du was zu ergänzen, lieber Breed Song? Ja, aber das ist natürlich, irgendwann werde ich das besitzen. Das ist gar keine Frage. Dann kommen wir zu sprechen auf Adventures of God. Das ist ein ursprünglich Webcomic. Von dem gibt es auch schon um die 740 Ausgaben. Drei dieser Ausgaben erscheinen in der Woche und los ging es damals im Jahr 2016. Die ersten 50 dieser Ausgaben habe ich gerade gesehen, den könnt ihr bereits bekommen in einem gesammelten Band. Da sind die ersten 50, wie gesagt, drin, ist erschienen auf Englisch beim Verlag Rocketship Entertainment und auch erst im Jahre 2022. Geschrieben werden diese kurzen, ja, Comics von Matteo Ferrazzi und gezeichnet von Corey Jay und die sind wirklich die optimale Einschlaf- und Abendlektüre. Das ist ein kurzweiliges, lustiges Etwas. Wir erleben hier quasi Einblicke ins Backstage des Himmels. Wir sehen, dass Gott scheinbar ein Alkoholproblem hat und mit allem völlig überfordert ist. Sein Sohn Jesus ist bei ihm und nicht weniger überfordert. Manchmal noch so ein bisschen sowas wie die Stimme der Vernunft, aber ganz sicher auch ein irrer Typ. Außerdem gibt es noch Lucifer, liebevoll Lucy genannt, und noch einen Assistenten und andere immer mal wieder wiederkehrende Figuren und jeder dieser Episoden, die auch nicht wirklich aufeinander aufbauen. Wir haben wiederkehrende Figuren, okay, aber grundsätzlich sind das immer so kleine, feine, abgeschlossene Dinge. Die sind ja auf dieser Infinite Canvas, wo du einfach nur auf dem Handy in dem Fall so durchscrollst. Deswegen lässt sich nicht genau sagen, welchen Umfang das hat, aber hier dieses Taschenbuch, wo dann ja auch das Layout angepasst ist, mit 50 Episoden kommt wohl mit 158 Seiten daher. Und das ist echt lustig. Manchmal muss ich mich wirklich zwingen, das Ganze beiseite zu legen und da dann mal, keine Ahnung, einfach nicht weiterzulesen halt. Ja, ein Beispiel ist, wie Jesus merkt, okay, er ist jetzt im Himmel, er hat irgendwie den Kontakt zu seinem Gläubigen verloren und er will jetzt via Social Media wieder an die rankommen. Also legt er sich einen Account an, auf einer Plattform, die ähnlich wie Instagram aussieht, und nennt sich attherealjesus. Und blöderweise gibt es den aber schon, diesen Account. Das ist ein anderer Typ, der sich für Jesus hält. Und dann guckt er da und dann ist das so ein Waffen-Jesus, so ein Typ, der sich halt mit Shotgun quasi immer vor die Kamera stellt und Selfies postet und halt im Jesus-Kostüm. Und dann ruft er an, bei diesem, nennen wir es mal Instagram-Profil, Wiederherstellung, Verifizierungsgedöns. und dann will die Frau halt, ja, kein Problem, ach, sie sind echt der Jesus, ja, gar kein Thema, schicken sie uns einfach zum Beweis ein Foto von sich mit ihrer ikonischen Shotgun. Also, ne, weil die halt, bla. Und das ist alles so ein bisschen kurz pointiert, immer ganz fluffig. Und das sind so ganz viele Sachen, so wie, keine Ahnung, Gott erschafft die Welt oder vielmehr hat er einen Assistenten, die er die Welt erschaffen lässt. Und dieser arbeitet sechs Tage richtig gut an dem Projekt und geht auf alle Wünsche Gottes ein, der das aber immer mehr so im Vollsucht so zuraunt, was er eigentlich zu tun hat, wie er die Erde sich halt am besten so vorstellt. Hier machen wir noch Tiere, machen wir noch irgendwie eine Lichtquelle, also die Sonne und so weiter. Und am Ende sagt der Assistent, cool, jetzt ist perfekt. Wenn ich jetzt noch einen Tag habe, dann kann ich alle Probleme wie Krankheiten und hast du nicht gesehen auslöschen. Gott sagt, nee, lass mal hier kommen. Am siebten Tag ist jetzt Pause, du musst nix machen. Was der Grund dafür ist, die Welt nicht perfekt ist. Weil Gott im Vollsucht gesagt hat, hier, mach mal Urlaub. So, und das ist alles total lustig. Wirkt noch ein ganzes Stück lustiger, wenn man es selber liest. Es kommen natürlich auch Themen vor, wie die Flut. Ja, und auch generell die Frage, wann kommt man in Himmel und Hölle? Überhaupt die Interaktion mit dem Teufel, also Lucifer ist ganz fluffig und viele weitere Dinge. Ich kann sehr empfehlen, einfach mal die Webtoon-App, und der habe ich das Ganze nämlich gelesen, zu öffnen und dort reinzulesen in alles, was wir in Adventures of God zu lesen bekommen. Das Ding macht mir tierisch viel Spaß, weicht auch total ab von diesem ganzen, ja, vorurteilsmäßig erwarte ich bei Webtoon ja tendenziell so Manga-Sachen, alles ein bisschen Romance und hast ja nicht gesehen, aber das ist etwas ganz anderes. Das ist eher so, ja, keine Ahnung, also cartoonig halt und auch nicht schlecht. Es macht Spaß, guckt es euch an, es tut nicht weh, es ist kostenlos und wer möchte, kann sich natürlich irgendwann auch nochmal diese gedruckte Ausgabe kaufen. Ja, macht es mal. Generell, Webtoon ist ja alles krass kostenlos und auf jeden Fall auch eine Empfehlung wert, weil da halt auch wahnsinnig viel Abwechslung drin ist. Leider gibt es nicht mehr diese deutsche Niederlassung von Webtoon, die hatte nur ein kurzes, wenig erfolgreiches Leben, wie wir wissen. Das ist die einzige Ausgabe von einem Interview beim Tele-Stammtisch, die ich nachträglich rausnehmen musste, weil der Typ, mit dem ich das Interview geführt habe, also der, liebe Grüße an den Peter, echt sympathischer Mensch, zum Zeitpunkt des Interviews noch nichts davon wusste, dass er eigentlich gekündigt ist. Das war echt schräg. Naja, also guckt mal rein bei Avengers of God, ich wiederhole mich, tolles Ding, macht Spaß. Jo. Übrigens damit auch eher der noch Gott-Comic zu empfehlen im Vergleich zu diesem Second Coming, genau, die ich letzte Ausgabe vorgestellt habe. Liest du eigentlich gelegentlich mal was auf dem Handy, lieber Patrick? Ja, und da kommen wir später zu Comic-Cooki-Code Authority, das habe ich auf dem Handy gelesen. Ich habe es lieber haptisch, ja, das wäre meine Frage gewesen, ist es das, was wir uns von Second Coming erhofft haben, dass ich dir dazugehört habe, ja, ich werde das lesen und wenn es das nur auf dem Handy gibt, dann werde ich das auf dem Handy oder auf dem Rechner lesen. Ja, es ist viel dreckiger, ich habe auf jeden Fall Bock. Es ist viel dreckiger, also inhaltlich dreckiger, ohne obszöne zu sein. Also obszöne Sachen sind mir jetzt hier nicht in Erinnerung geblieben, aber es ist schon halt klar, dass ja Gott hier ein Alkoholiker ist und daraus kann man schon viel Humorpotenzial ziehen, gerade wenn man ja doch in dieser zumindest christlich geprägten Wertewelt aufgewachsen ist und das ist die westliche Welt tendenziell ja schon. Oh ja. Deswegen ist das auf jeden Fall toll, ohne wirklich, wie gesagt, unter irgendeine Gürtellinie gehen zu müssen. Schon ein schönes Ding. Ich freue mich auf die ca. 700 Ausgaben, die ich aktuell noch vor mir habe und es ist ja noch in Produktion, es kommen ja ständig neue Dinge. Man kann ja auch bei Webtoon irgendwie Geld einspielen und dann schon Episoden vorab lesen oder eher lesen als andere oder so, aber bis ich jemals so weit bin, dauert es noch eine ganze Zeit. Bei mir kommt noch erschwerend hinzu, dass ich aktuell Star Wars Jedi Survivor und Guardians of the Galaxy zocke, also bis ich erst mal zum Lesen komme, vergeht da auch erst mal eine Zeit. Ja, das ist wirklich so ein Beispiel von der Trend geht zum, keine Ahnung, fünft Buch hier in meinem Fall. Ich habe das Ding parallel gelesen zu Invincible, lese ich ja auch noch und ich habe dann für andere Sachen auch in Vorbereitung meinetwegen Vatermilch gelesen und ich habe wirklich so immer so fünf, sechs, sieben Bücher parallel irgendwie so gelesen und das war das, was ich halt auf meinem Handy lese. Ja, und liest sich wirklich gut, also muss man schon sagen, das Webtoon-Ding, das Format, das funktioniert schon echt ganz gut, gerade für so kurze Episoden, das ist schon top. Ja, da kann ich nur Schlogger zitieren, die hat bei einem der Comics quasi gesagt, ja, das, was die Kinder mit ihrem Essen machen, dass die fünf, sechs unterschiedliche Sachen anbeißen und sich dann das dann zurücklegen, das machen wir Erwachsene mit unseren Comics oder mit unseren Filmen oder mit unseren Serien. Mhm. Ja, so ist das. Bei der habe ich übrigens auch was bestellt. Schloggershop.de, guckt mal, tolle Künstlerin. Ja. Dann sind wir in der dritten Runde angelangt. Wir sprechen jetzt die dritten Comics in der Solo-Vorstellung und wir fangen, glaube ich, immer beim Pre-Storm an, das tun wir auch jetzt wieder. Fantastisch. Es geht weiter mit Falco aus dem Hause Knesebeck, gezeichnet und getextet von Arnulf Rödler, dessen Erstlingswerk das ist und wie sich das für ein Comic von Falco gehört, ist er natürlich auch Österreich. Denn wer anders sollte ein Comic über den einzigen weltbekannten österreichischen Popsänger machen als ein Österreicher. Wir beginnen die Story sehr, sehr kurz vor dem Tod. von Falco. Falco war ja in den 80ern ein riesiger Gigant gewesen. Weltweit bekannt, Tournee überall hin, alles ausverkauft mit der Kommissar, mit Amadeus, Genie und solchen Songs ist er weltberühmt geworden und in den 90ern ging das dann leider so ein bisschen runter. Er hat da so einen Kreativitätsbruch irgendwie gehabt und hat niemals wieder an dieses Level anknüpfen können, was er in den 80ern hatte und hat sich dann zurückgezogen in die Karibik, um dort weiter kreativ zu sein und ist dort, Spoiler, letztendlich natürlich gestorben. Aber die letzten Sekunden oder die letzten Stunden seines Lebens, je nachdem, wie man das betrachten möchte, werden hier ein bisschen gezeigt eine Interpretation von Arnulf Rödler und es ist mehr oder weniger so eine Art Fieber-Drogentraum. Denn wir sehen Falco ganz am Anfang, wie er sich versucht, in so einer Disco ein bisschen Stoff zu besorgen und plötzlich dreht sich alles und er durchlebt einige Szenen aus seinem Leben für Zwiegespräche mit verschiedenen Figuren, die man so ein bisschen sehen kann wie den Geist der vergangenen Weihnacht aus so in dieser Art Konversation haben wir bloß unter Drogen. Aber volles Paket und ich bin jetzt nicht so der riesige Falco-Fan, also mir gefallen verschiedene Lieder, aber manche sind mir auch einfach zu zu poppig dann letztendlich doch auch irgendwie. Aber mit ein bisschen Recherche kann man dann auch rausfinden, wenn man das nicht sowieso weiß. Also als Fan wird man das wahrscheinlich zuordnen. können, wer die eine oder andere Figur in diesem Comic ist. Wir haben da so einen Typen, der stark an Frank Zeppa erinnert. Das ist allerdings der Sänger von einer ehemaligen Band von Falco, die den schönen Namen Dradi Wabal hieß, also wahrscheinlich Dreh nicht Weibchen, die zum Beispiel Mad Cat Saddy bekannt geworden sind. Ein Song, den ich jetzt namentlich nicht zuordnen konnte, den ich aber schon mal gehört hatte und wenn man allein dieses Video sieht, wie der Sänger da denkt, er ist Frank Zeppa und sicherlich auch unter Drogen diesen Song klar performt, dann weiß man in welche Richtung das Ganze geht. Und wir erleben den Falco in Selbstzweifeln, in der Kreativitätskrise, in der Zwiesprache mit alten Weggefährten und ja, also man muss glaube ich schon richtig harter Fan sein, um das handlungsmäßig alles aufzuspüren, was da drin ist. Da hätte ich mir zum Beispiel für so einen Gelegenheitshörer wie mich noch ein bisschen mehr Erklärungen im Anschluss gewünscht und verschiedene Themen wie zum Beispiel Falcos Tochter, die werden da komplett ausgespart, was ich interessant finde in so einem Zusammenhang. Was ich aber richtig gut fand, sind die Zeichnungen von Arnulf Rödler, die auf jeder Seite genau 4x3 Panels enthalten und manchmal geht das über eine ganze Seite, dass also jedes Panel mit dem anderen zusammenhängt, manchmal sind es unterschiedliche Sachen, also jede Seite ist, obwohl es stark eingeschränkt ist mit diesen 4x3 Muster, immer anders generiert und es sieht auch wirklich sehr sehr krank aus, so richtig schön im Drogensumpf, auch wie Falco dargestellt wird, das ist jetzt nicht der Versuch den Fotorealistisch darzustellen, sondern er sieht so ein bisschen aus, wie der aktuelle Till Lindemann als seine Bühnenfigur, dass er wirklich so ein verfallenes Gesicht, oder ist es eine Bühnenfigur, also ziemlich verfallenes Gesicht, ziemlich hart angeschnitten Haare und also wirklich dreckig dann auch irgendwie und ja, so ist das Ganze auch koloriert, wir haben teilweise Passagen, die nur schwarz-weiß sind, dann wird mal rot eingespielt, je nachdem, also es ist wirklich ein Fiebertraum und auch die anderen Figuren sehen alle stark übertrieben und dämonenhaft aus, also es hat so leichte McFarlane-Vibes von den ersten Spawn-Ausgaben, wo die Gegner alle so ein bisschen finster und dunkel aussahen und so sehen seine ganzen Weggefährten halt auch aus, also es ist wirklich bösartig und ja, natürlich, wie schon gesagt, ist es nicht was für jeden, aber mir hat es gerade aufgrund der Zeichnungen dann doch sehr, sehr gut gefallen, was der Arnolf Rödler da gezeichnet hat und von dem würde ich tatsächlich noch gern ein bisschen mehr sehen, vielleicht irgendwas ja mit einer Handlung, wo man nicht die Lebensgeschichte vom Star kennen muss, also es wird natürlich auch ziemlich vieles erklärt, zum Beispiel von seiner letzten Tournee, wo er von Getränkehersteller gesponsert wurde, wo er schon keinen Bock mehr hatte und ähnliche Dinge, aber insgesamt finde ich ihn gerade durch die Zeichnungen noch lesenswert. Ja, krass, du hast gemeint, das ist ja also schon eine Interpretation Falkos Leben, das heißt also, da hat sich der Arnulf, ein Name, über den ich echt zweimal nachdenken muss, bevor ich ihn ausspreche, der hat sich Gedanken darüber gemacht, okay, wie könnte es Falko in dem Moment gegangen sein, was könnte er empfunden haben und hat dann da eine Graphic Novel ARK und Comic draus gemacht, richtig? Ganz genau. Sehr frei erfunden, es ist keine dieser stringenten Biografien. Optisch spricht mich das besser, mehr an dieser Bowie-Comic, den wir auch mal in der Authority vorgestellt haben, von Mike Allred, wo man als Laie wirklich komplett orientierungslos war. wenn das hier wie so ein Fiebertraum inszeniert ist, dann würde ich dem sogar schon eine Chance geben. Ich finde es nur schade, dass man das bei solchen Größen, was uns so schwer begreifbar macht für Laien, was denn wirklich so das Kompetenz war, beziehungsweise wieso war das so eine überlebensgroße Legende? Es wird in solchen Autobiografien selten großartig klar gemacht. Ich fände es auch zum Beispiel praktisch, wenn man einen an die Hand nehmen würde und sagen würde, hört am besten diese Stücke dafür, um in die richtige Stimmung zu kommen. Auch das würde vielleicht helfen, da in die richtige Stimmung zu kommen. Weil die Zeichnungen, die gefallen mir schon mal sehr. Auch wenn das alles ansonsten wie dieser Bowie-Comic klingt, der uns alle nicht so wirklich begeistert hat. Das war übrigens der andere Comic. Wir haben nicht den von Allred, sondern den von Reinhard Kleist besprochen. Selbes Thema anderer Künstler. Den von Allred, den weiß ich nicht genau, wo wir den hatten, aber das war nicht Teil hier bei der CCA. Den kenne ich nämlich gar nicht. Das nochmal zur Ergänzung, aber was ich mich schon noch fragen ist. Ich glaube, den hat Greedstorm besprochen. Könnte auch sein, Den Allred fand ich ziemlich gut. Ja, Sorry. Diese Songs selbst, wie genau fließen die jetzt nochmal in diesen Comic ein? Also haben wir dann auch so, dass dann da Textzeilen quasi nochmal als Bildversion dargestellt werden? Oder werden die eingewoben auch inhaltlich in das, was gerade so in der quasi Handlung passiert? Wie passiert denn so die Interaktion mit den Songs? In dem Fall wird es schon angesprochen, aber es ist nicht dieses Typische, dass du hier die ganzen Lyrics hast und ein paar Zeichnungen dazu, sondern eher dann biografisch wird das Ganze eingebaut. Und was ein sehr großer Schwerpunkt ist auch, ist der Widerspruch von der Bühnenperson Falco zu Johann Hölzel, wie Falco nicht richtig hieß, weil viele ja, das was er, wie er sich dargestellt hat auf der Bühne in Talkshows und so für bare Münze genommen haben, ist, ist hier halt, verschwimmt das Ganze, weil er diesen ja, selbst, wie soll ich das sagen, diesen Selbstbewusstseinsschub, den er durch die Figur dann immer genommen hat, auch auf eine ganz andere Art in sein Leben dann einbauen konnte. Und privat wissen wir ja, also ich habe irgendwann mal tatsächlich eine Verfilmung seines Lebens gesehen, dass da massive Probleme hatte, gerade im Verlauf mit seiner Tochter, ist es seine Tochter, ist es nicht seine Tochter und ähnlichen Dingen. Und das fehlt mir tatsächlich dieser Punkt hier so ein bisschen drin, aber ansonsten war es schon sehr spannend. Ja cool, würde mich interessieren, ich finde per se Falco nämlich ganz interessant, zumindest musikalisch gesehen, ich war auch mal am Falco Musical, fällt mir ein. Es gab so ein Falco Musical, das habe ich gesehen, ich kann mich nicht an so viel erinnern, außer dass die Kokain Geschichte immer sehr exzentrisch dargestellt worden ist, ist auch schon echt ein paar Jahre her. Ja Mensch Falco, es ist eigentlich per se eine gute Sache, wenn man so eine Pop-Ikone, so eine Pop-Figur, dann meinetwegen auch gern nochmal in einem Comic irgendwie da Respekt zollt, Tribut zollt viel eher vielleicht. Falcos Musik ist klasse, das steht außer Frage, nur ich finde man schafft es oft schwer die Ikonen irgendwie in einem Comic auch spürbar zu machen oder zu erklären, wieso ist das jetzt so eine Ikone, wieso war die so überlebensgroß, das finde ich wird oft schwer transportiert. Ja Patrick, dann mach doch mal weiter mit deiner dritten Besprechung. Okay, also, ich hab mir gedacht, zumindest einer muss mal wieder einen lockerflockigen Weihnachtskonik dabei haben und ich hab mir Batman Noel oder Batman Nöhl, wie auch immer es ausgesprochen wird, von Nöhl. Auf jeden Fall Nöhl, Batman Nöhl. Auf jeden Fall, bin mir sicher. Nachdem ich gestern Mary Little Batman gesehen hab und davon recht genervt war beziehungsweise überfordert war, dachte ich, jetzt muss ich den Comic erst recht vorstellen und Story-mäßig ist das echt nichts Besonderes. Story-mäßig ist es die dutzendste Variation der Weihnachtsgeschichte. Batman ist hier Uncle Scrooge, der einen Klankriminellen so das neben zur Hölle macht, dass er Probleme hat, sein Kind zu versorgen und dann bekommt er Besuch von den drei Geistern der Weihnacht, also von Sinina Kai, Superman und dem Joker, warum auch immer die drei es scheren sollte, dass Batman da einen Klankriminellen zugesetzt hat. Ich weiß es nicht, aber es passt eben dann zur Weihnachtsgeschichte in dem Fall, weil ich kann mir es wirklich durchaus vorstellen, dass Superman Batman ab und zu mal eine kleine Predigt halten muss, wenn er mal wieder ein bisschen zu lang in den Abgrund geschaut hat und dann so eine kleine Therapiestunde dann dafür geben muss und gerade um die Weihnachtszeit, wir wissen, sind wir alle so ein bisschen genervter von all dem Stress, der mit einhergeht, also gerade Berufe, die davon leben, der Einzelhandel zum Beispiel oder diverse Weihnachtsmärkte, die Gastronomie, die können das verstehen, dass um die Weihnachtszeit da wirklich Stress pur ist, deswegen verstehe ich, dass Batman um die Weihnachtszeit vielleicht ein bisschen abgefuckter ist. Was mir hier an diesem Comic gefällt, das ist der Zeichenstil von Lieber Mio. Er hat so eine richtig schön realistische abgewichste Art, seinen Comic zu inszenieren und gerade der macht den Comic von okayen Comic zu einem guten Comic, weil sein Zeichenstil fängt auch wirklich eine schöne Atmosphäre ein. Du hast hier zum Beispiel diesen Familienvater, der immer wieder im hellen Licht gezeigt wird und Batman zwielichtig, wie er ist, der ist meistens so im Halbdunkeln und im Prinzip kriegt er zu Weihnachtszeit mal drei Arschtritte und auch das tut gut, dass der Milliardär, der vielleicht ein bisschen zu abgehoben wird, mal so ein paar kleine Standpoken bekommt. Was hier auch besser funktioniert als von dem anstrengenden Mary-Little Batman, dass man hier auch immer wieder sich mal durchzitiert durch die Batman-Historie, aber dass das nicht alleine die Story ist, sondern dass das Teil der Story ist, dass das ein bisschen dazugehört, um Batman daran zu erinnern, wofür steht er, was hat er alles durchgemacht. Und deswegen eine dicke, kleine Empfehlung, auch wenn die Story wirklich einige hunderte Male da gewesen ist, wer nicht mindestens 50 Versionen von die Weihnachtsgeschichte kennt, der ist vielleicht doch ein Kind, das da leichter zu begeistern ist. Mir hat es optisch auf jeden Fall sehr gefallen, du hast auch einen Konstantin-Comic von Lieber Mew mal vorgestellt und das ist so einer der Zeichner, bei denen werde ich hellhörig, wenn die einen Comic zeichnen. Der hat auch diesen Joker-Comic, wo der so im Heath Ledger-Style inszeniert wurde und so richtig krank und widerlich gemacht wurde. Kann ich auch sehr empfehlen oder eine Story von Lex Loof hat er auch geschrieben, nebenan eher Charakterstudie, das ist so die Weihnachtsgeschichte, aber es bietet sehr viele Schauwerte, um darüber hinwegzutäuschen, dass es eben mal wieder die Weihnachtsgeschichte ist. Und ja, mir hat es gefallen. Auch die Kolorierung ist super. Eine dicke, kleine Empfehlung von Patrick, Zitat Ende. Das ist ein Comic, den ich sogar irgendwann mal gelesen habe. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich weiß nur, dass ich die Optik total toll fand. Das, da bin ich mir sicher. Hast du den gelesen, Breeze Storm? Ich habe den auch gelesen, in meiner Mission irgendwann mal die DC Premiums komplett zu kriegen, die ich nie geschafft habe. Und leider war dieser Comic dann irgendwann so beliebt, gerade wegen Liebermecho, dass es ausverkauft war und Panini musste den nachdrucken und ich habe, wie gesagt, dann den Nachdruck gelesen. Fand ich sehr schön gemacht. Ja, sehr gut. Weihnachten für Mecho bitte ausgesprochen. Danke. Si, si, Pedecho. Danke, dass du mich dreimal auf dem Messer laufen lässt und dann schon Ah, ja, übrigens. Ich fand den Merry Little Batman, den es gerade gibt auf einem Streaminganbieter mit A oder P viel eher, den fand, ich habe die erste Hälfte gesehen, ganz okay, aber es auf jeden Fall ist Batman Nöl die bessere Wahl, das stimmt schon, halt nicht für Kinder oder eben auch Batman Returns, das ist für mich so ein Weihnachtsritualfilm. Es gibt da wirklich viele Batman Filme, mit denen kannst du Kinder deutlich mehr begeistern oder besser eine Einstiegshilfe bieten und wenn es eine 20 Minuten Folge von der Enmated Series ist und auch Batman Origins, also dieses Arkham Game, das spielt auch um die Weihnachtszeit. Es gibt so viele bessere Batman Filme, es gibt so viele bessere Weihnachtsfilme, es gibt sogar so viele bessere Batman-Weihnachtssachen, ist der einfach mindestens mal 50 Minuten zu lang geraten. Deswegen dachte ich, nee, Batman Nöl ist da vielleicht die bessere Alternative dazu. Hm, ja, den Eindruck habe ich auch. Ja, cool, also kramt den mal wieder raus, den kriegt man ja auch wie gesagt noch im Nachdruck, da muss man sich nicht die überteuerte Premium-DC-Premium-Fassungen kaufen, die es glaube ich auch in der Form nirgendwo mehr zu kaufen gibt. Dann bin ich endlich dran mit einer Vorstellung von einem Comic, der in diese Reihe gehört, Dinge, die Andi im Schrank stehen hat, die alle außer ihm gelesen haben und die er sich unbedingt mal vornehmen wollte. Ich habe auch eigentlich angefangen sogar mit hier diesem Lone Wolf and Cup, da habe ich auch die komplette Reihe und alle Spin-offs und was es nicht alles gibt, digital da, muss aber sagen, dass ich da mit dem ersten Band meine Schwierigkeiten habe, da reinzukommen. Das braucht auf jeden Fall nochmal einen zweiten Anlauf. Also habe ich kurzerhand zu meinem wahrscheinlich ersten und das sagt viel über mich und die Dinge, die ich nicht gelesen habe, aus Neil Gaiman Comic. Und das Ding trägt den am Coraline, den hatte ich schon länger hier. Ich wusste, dass es irgendwie auch eine Animationsverfilmung davon gibt, die so ein bisschen Tim Burton-mäßig daherkommt. Ich weiß gar nicht, ob die sogar vielleicht sogar von dem ist, keine Ahnung. aber ich hatte ein bisschen Bock drauf, mir das Ding durchzulesen. Die Vorlage ist dieser, besteht Bestseller-Roman von Neil Gaiman. Ich weiß gar nicht, ob das über eine Kurzgeschichte hinausgeht, das weiß ich nicht. Die Adaption und eigentlich also damit auch die Zeichnungen stammen vom P. Craig Russell und der wiederum ist Gewinner vom Harvey & Eisen Award. All das sind Informationen, die finde ich schon auf dem Cover und wenn das dann mal nicht bedeutet, dass es denn geil ist, was denn dann? Ja, worum geht's? Um die titelgebende Coraline. Diese zieht nämlich mit ihren Eltern in ein Haus, in ein neues Haus. Sie sind umgezogen irgendwo und nirgendwo und sie sind nicht die Einzigen, die in diesem Haus wohnen. Es gibt insgesamt vier verschiedene Mietparteien, wobei eigentlich gibt's nur drei, denn eine der vier Wohnungen steht leer. Dann gibt's noch das Pärchen, also das sind, das sind Pärchen, das sind auf jeden Fall zwei Damen, etwas reiferen Alters, die waren früher mal Schauspielerinnen und wohnen zusammen in diesem Haus. Und dann gibt's noch die vierte Wohnung oder dritte, je nachdem, wie man halt so zählt. Das ist ein älterer, vermutlich leicht verwirrter Mann. Die Coraline, die hat Ferien und ihre Eltern, die scheinbar schon, wann auch immer das hier erschienen ist, im Homeoffice beide arbeiten am Rechner, haben so semi viel Zeit für sie. Die müssen halt arbeiten und sie hat Ferien und keine Betreuung, ist aber schon alt genug, dass man sie eigentlich nicht rundum betreuen muss. Die kann sich schon irgendwie selbst versorgen und aber Langeweile kennt sie trotzdem. Und deswegen merkt ihr irgendwann, okay, ich gehe mal spazieren und kurzum, irgendwann, da findet sie, nachdem sie alles an spannenden Dingen in der Nachbarschaft, im Garten und sonst so erkundet hat, eine Tür. Eine Tür im Haus, die ins Nichts führt. Sie macht die Tür auf, da ist eine riesen Steinmauer und das ist irgendwie schräg. Und so viel sei auch schon mal verraten, weil das ist letztlich das, wo es dann eigentlich erst losgeht mit der Handlung. Irgendwann kommen mystische Aspekte ins Spiel. Sie kann durch diese Tür treten in eine quasi Parallelwelt, wo eine andere Mutter auf sie wartet. Also eine Mutter, die der ihren schon sehr ähnlich sieht, jedoch schwarze Knöpfe auf den Augen hat und sie zumindest im ersten Einschein her besonders gern hat, besonders liebt und ihr immer das beste Essen machen möchte, immer alles kaufen möchte, was sie schon immer mal haben wollte und einen Vater dazu gibt es auch. Warum das Ganze dann nicht so positiv ausgeht, wie es vielleicht zunächst klingt, müsst ihr selbst rauskriegen, wenn ihr Coraline lest. Ein Comic, den ich hier in einem Rutsch weggesaugt habe, weil er einfach mich einfach reinsaugt letztlich. Also es ist schon irgendwie ein Horrorcomic dann auch und es gibt so die ein oder andere Wendung, es gibt tolle Beschreibungen, natürlich Neil Gaimans, ich kenne hier jetzt nur die deutsche Übersetzung, aber das hat mir schon alles sehr gut gefallen. Wir haben hier ein junges Mädchen, die wird vom Alter her zumindest laut Zeichnung irgendwas sein zwischen, das müsste ich schätzen, acht und zehn so in dem Dreh ungefähr und die begibt sich halt auf ein Abenteuer. Sie selbst sagt von sich, sie wäre eine Entdeckerin und wir können ihr dabei zugucken, wie sie halt auch teilweise in echt brenzlige Situationen gerät, wie es dann auch mal gruselig wird, wie irgendwann die Ratten mit ihr sprechen und wie sie auch eine Freundschaft zu einer Katze aufnimmt. All das und vieles mehr erwartet uns hier und es ist schön und kurzweilig. Das Gezeichnete ist ja das, was hier das Neue an dieser Comic-Fassung ist, denn ich weiß gar nicht so genau, ob Neil Gaiman jetzt großartig bei der Erstellung dieses Comics beteiligt war, aber Pete Craig Russell, der konnte es richtig gut. Das sieht alles einfach also sehr klar aus. Hier ist nicht viel Verspieltes dran, das sei mal so gesagt, also es ist schon ein effektiver Strich und auch nur detailverliebt, wenn es dringend sein muss. Ja, also wenn wir beispielsweise mal eine Müllhalde sehen oder mal ein Schaumbad, dann sieht es halt einfach schön aus, wenn da viele, ich bin Laie, deswegen formuliere ich so, viele Striche zu sehen sind, aber wir haben hier einen effektiven Strich, das in Hintergründen im Regelfall nicht zu sehr ausgearbeitet, müssen sie auch nicht, spielt ja auch vieles in Häusern und vor allem in dem Haus und so. Ja, und ich kann verstehen, dass das hier als ein richtig guter Horrorcomic gilt. Es war ja mein erster Neil Gaiman Comic und ich glaube, dass der auch gut geeignet ist, erstmalig sich mit dieser Schreibe und vor allem auch den Comics, die es zu seinem Werk gibt, auseinanderzusetzen und da einen Einstieg zu finden. Von mir auf jeden Fall eine Empfehlung zu Neil Gaimans Coraline beziehungsweise der Comic Umsetzung von P. Craig Russell. Patrick, ich bin mir sicher, du hast den auch gelesen. Würdest du dazu stimmen, dass es einer ist, der ein guter Einstieg ist? Der ist auf jeden Fall ein sehr guter Einstieg. Er streift sogar minimal so ein bisschen den Cosmic Horror. Also wenn du kleinen Kinder haben, so ein bisschen das, okay, nicht unbedingt den kleinsten Kindern, aber sagen wir mal abgestumpften Kindern, so ein bisschen Horror näher bringen willst, wird das wirklich ein sehr, sehr guter Einstiegscomic. P. Craig Russell ist nicht umsonst jemand, der auch mehrere Game-Man-Adaptionen gemacht hat. Ich hab ja auch schon mal das Graveyard-Book vorgestellt. Das ist auch von ihm gezeichnet. Er bringt da eine schöne Stimmung rein. Es ist nicht unbedingt verspielt, aber es ist atmosphärisch. Es macht Laune. Und gerade dieses Welten-Switchen, das macht Laune auch, dass sie einen Kater hat und diese leicht verzerrte Welt. Ich hab den Comic wirklich schon mehrmals gelesen. Also ich pack den alle paar Jahre aus und find den gut. Ich find auch den Animationsfilm von Henry Selig sehr, sehr gut. Ich hab den wirklich in mehreren Interpretationen gelesen. Ich hab auch mal das Buch dazu gelesen. Ich hab drei Interpretationen allerhand irgendwie eine andere Facette abgewonnen, weil Neil Gaiman da so viel Interpretationsfreie Raum entweder zulässt oder die Storys das hergeben. Ziemliche Empfehlung. Das ist auch einer der guten Einstiegspunkte für Craig Russell und Neil Gaiman. Und ich bin da auch nach wie vor von begeistert. Mega, alles richtig gemacht. Breedstorm, hast du den auch mal in der Hand? Den hatte ich auch in der Hand und hab ihn gelesen und das war allerdings nach Sandman, als ich das gelesen hatte und hast natürlich dann das große Glück, dass du nicht so eine riesig lange epische Geschichte hast, sondern dass du das wie du halt auch sehr schnell mal durchziehen kannst. So sieht's aus. Ich bin froh, ihn gelesen zu haben und bin vor allem froh, dass wir uns jetzt unterhalten über einen ganz besonderen Comic und zwar in der Die Rede ist von den ersten beiden Bänden der Reihe Vater Milch von Uli Oesterle, die wiederum tragen jeweils noch Untertitel, zum einen die Irrfahrtin des Hofwurst Himmelsstoß und der zweite Band, der jetzt aktuell erschienen ist, zur Frankfurter Buchmesse übrigens, trägt den Untertitel unter der Oberfläche. Der ist wie gesagt von Uli Oesterle und worum es geht, das weiß der Breedstorm. Ja, ob ich das noch so genau weiß, werden wir sehen, aber wir haben hier einen Comic, der in zwei Zeitebenen spielt, nämlich einmal in den 70ern und einmal in den 2000ern, was daran liegt, dass wir uns in den 70ern die Geschichte von Rufus Himmelsstoß nähern, der ja, Markisenverkäufer ist und bei diesen Markisenverkäufen ganz am Anfang des Comics im ersten Band ordentlich Spaß hat, denn die Markisen verkauft er sehr oft an Damen und mit diesen Damen hat er dann so ein bisschen Spaß, wie das in 70ern freie Liebe und so vielleicht mal üblich war. Dazu hat er natürlich noch eine Familie, nämlich einen kleinen Sohn und eine Frau zu Hause, die er aber nur sporadisch sieht und er sieht das auch eher so als Nebenprojekt, verspielt gern Geld, er betrinkt sich gern und sein Lebenselixier sind eigentlich die verschiedenen anderen Damen, die er sieht. In der anderen Zeitebene haben wir dann seinen Sohn, der das Ganze nach dem Tod des Rufus Himmelsstoß betrachtet und selber eine Familie mit einem kleinen Jungen hat und selber mal gucken muss, wie ist es so in Relation mit seinem Vater, was weiß er über seinen Vater und was ist damals eigentlich alles passiert, dass sein Vater so plötzlich aus dem Leben verschwunden ist, denn schon sehr früh in dem Band lernen wir den Niedergang des Rufus Himmelsstoß kennen, denn der Rufus Himmelsstoß hat einen Filmriss, kommt zu einem Unfall, wo es auch leider einige unbeteiligte Tote gibt in dem ganzen Zusammenhang und das ist das Ende seines Lebens, wie er das vorher gehabt hat, denn er verzieht sich in den Untergrund, er beginnt auf der Straße zu leben und das ist da, wo es langsam interessant wird, wie geht er mit der neuen Situation um, wie geht er mit seiner Familie um und an der anderen Zeitebene haben wir genau das gleiche Problem, was ist mit seinem Sohn, was hat ihn vielleicht geprägt und wie wirkt sich das auf sein aktuelles Leben aus, Ergänzungen Kienzle? Also ich fand es bedenklich, dass Anfang da wirklich diesen Unfall, da hat er, Brady Mercury warnt ihn vor und er steigt besoffen, er ins Auto, fährt Mutter und zwar Kindertod, das macht es wirklich extrem schwer, mit diesem Rufus, die irgendwie Sympathie zu empfinden, Mitleid zu haben, nach allem was passiert, pumpt sein Sohn das Geld an, er hat 35.000 Euro Schulden, das hat es für mich wirklich schwer gemacht und Mark, ersten Bann, was? Mark, Euros wären es nicht, ja Mark, achso, ja, ja, stimmt, ein Reutemark übrigens, ja, Mark, er hat überall Schulden und man merkt auch einen Handlungsstrang der 2005 spielt, das Uli Oesterle, also es ist an ihn so ein bisschen angelehnt, aber man hat das auch so ein bisschen fiktiv gemacht, also so ein paar Sachen, da hat man sich kreative Freiheiten genommen, man merkt, dass im Alter ähnlich nach seinem Vater geht, also zwei Handlungsstränge wurde, ich denke, schwer da irgendwie Sympathie oder Mütter zu empfinden und ich habe im ersten Band wirklich gehofft, dass das nicht nur eine Abwärtsspirale ist. Das hatte ich nämlich ursprünglich gedacht, dass wir hier eigentlich eine Art Autobiografie von Uli Oesterle sehen, aber ist es nicht, es sind nur Teilaspekte seines Lebens und vor allem auch seines Vaters hier in dieser Comicreihe drin, die ursprünglich, wir haben jetzt ja die ersten beiden Bände auch gelesen, auf vier Bände angelegt waren, ich habe glücklicherweise ein Interview mit ihm empfehlen können, das auch demnächst bald erscheint und da sagt er, dass es jetzt wohl doch nur drei werden, das ist relativ exklusiv an dieser Stelle, hier erfahrt ihr es zuerst, denn aus letztlich Finanzierungsgründen, das Ding war als Lizenz auch fürs Ausland gedacht, da waren Verhandlungen angedacht und irgendwelche quasi Vorschüsse, das kam so in der Form nicht zustande, so dass das Ganze hier nur drei Bände werden, was auch in Ordnung ist, hoffe ich, weil die ersten beiden Bände mir nämlich sehr gut gefallen haben, vertraue ich dem Uli davon und Ganzt ja auch den dritten Band hinbekommen wird, den er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht begonnen hat und das Ganze ist natürlich einfach auch, man will immer dieses Wort, aber es passt halt so gut irgendwie auch, es ist schon auch eine Milieustudie und sei es, na vielleicht eher eine Charakterstudie sogar noch viel eher, denn wir kriegen schon sehr persönliche Einblicke in das Leben vom Rufus insbesondere und sehen natürlich dann auch Parallelen in der Entwicklung seines Sohnes, gerade wenn der wiederum dann auch ein Kind hat. Ich denke, das ist für den Uli Oesterle sehr typisch, ich habe hier alles gelesen, was er je gemacht hat, unter anderem auch den Hector Umbra, da habe ich hier die Gesamtausgabe vor mir und auch noch so eine Sammlung an Kurzgeschichten, die finalste, beste Fassung davon nennt sich Kopfsachen, alles beim Carlsen Verlag erschienen und was für den Uli und seine Figuren schon irgendwie typisch ist, ist so ein bisschen, das hat halt so Typensinn, ne, die haben alle einen Schlag weg, ganz oft geht es auch um Alkohol, Alkoholmissbrauch, da ist morgens aufstehen, verballert in den Spiegel gucken und egal was es ist, man rasiert es erstmal und trinkt danach ein Bier oder vielleicht vorher schon oder so, das ist schon irgendwie relevant, Drogen sind nicht ganz selten in seinen Comics und auch Sex ist einfach hier ein großes Thema, das ist hier auch bei Vatermilch nicht anders, es kommt trotzdem, also, ich weiß nicht, Mensch gilt es da halt irgendwie, ne, also ich guck das, ich hab das schon gern gelesen und fand das schon auch toll, gerade weil der Uli hier seine Sachen auch immer mal wieder in allen Werken und das kommt ja auch bei Vatermilch immer mal durch mit so Comic, ja, Easter Eggs spickt, also wir sehen hier und da halt einfach mal ein Comic rumliegen und natürlich ist der Sohn dann auch irgendwann auch zum Comic Zeichner geworden und so, das finde ich alles ganz toll, zeichnerisch ist es schön, es ist zwar relativ schlicht koloriert, also eigentlich nur in schwarz und grau Stufen und hin und wieder kommt mal eine Farbe dazu, aber es ist zweckdienlich, es ist auf jeden Fall eine ganz klassische Carsen Graphic Novel und ich freue mich wirklich auf den dritten Teil, ich denke, dass der Uli hier, ich freue mich auch noch auf weitere Sachen, die von ihm kommen werden, er hat im Interview noch erzählt, was ihm da noch so im Kopf rumschwirrt und was da vielleicht noch kommen könnte, all das sind Dinge, die toll werden könnten, er hat tatsächlich hier auch mal eine Frauenfigur drin, die ein bisschen, ja, tough ist, eine ehemalige Polizistin, die dann später eine größere Rolle spielt und insofern würde ich mich bei den Bänden hier wirklich mal fragen, was, ja, wie diese weibliche Perspektive, die 10-Sentenden-Perspektive hier aussehen würde und da deswegen auch noch mal konkrete Hinweise an unsere Hörenden und vielleicht auch insbesondere an unsere Weiblichen hören, denn wie euch Vatermensch gefallen hat, würde mich wirklich sehr interessieren. Es waren jetzt schon eine Menge Sachen, lieber Breedstorm, aber zu deiner Bewertung haben wir noch gar nichts gehört. Wie hat es dir gefallen? Wie gefällt dir Vatermensch 1 und 2? Ich habe am Anfang, wo ich noch nicht wusste, dass das einen biografischen Bezug hat, habe ich gedacht, oh, er geht jetzt in manche Themen, geht er extrem tief rein und in manche, die streift er nur. und hinterher, wenn man dann die Nachworte liest, wird das Ganze ein bisschen klarer, was das für einen Bezug hat und dass es Ähnlichkeiten zu diesem Leben hat und dadurch hat es mir dann wieder noch mehr gefallen. Optisch gibt es da überhaupt nichts zu meckern und ich bin wirklich sehr gespannt auf den letzten Band, was dabei letztendlich rumkommt. Zu dem, was Patrick gesagt hat, bezüglich des Unfalls, der da passiert ist, stellt sich mir natürlich die Frage, ist das jetzt wirklich so? Weil den Augenblick des Unfalls, den haben wir noch nicht gesehen. Wir haben theoretisch gesehen, dass er hinterher an der Unfallstelle ist, dass es da offensichtlich Leute gibt, die tot sind oder tot scheinen, aber was genau jetzt passiert ist und hat er die gerammt, mussten die ausweichen, ist er vielleicht als Unbeteiligter dazugekommen, das wissen wir nicht, sondern wir wissen nur, er hat den Filmriss und plötzlich hat er diese Leichen gesehen und das hat ihn stark beeinflusst. Also bin ich gespannt, ob das noch ein Spin wird. Was ich gut fand, ist, dass man diese beiden Handlungsstränge, man konnte die jederzeit auseinanderhalten, weil da eben mit der Kolorierung gespielt wurde und ja, es hat wirklich eine Sogwirkung. Ich habe das auch verschlungen, ich habe es in dem Fall jetzt mal als PDF gelesen, wo ich sonst eher so der haptische Mensch bin, aber dadurch habe ich auch so ein bisschen mehr den Bezug zu den Seiten gelesen und habe dann gemerkt, was, scheiße, ich habe jetzt schon 80 Seiten gelesen, trotz der schweren Thematik kommt es erstaunlich lockerflockig daher, man liest das, man bemerkt schon die Referenzen. Er stellt auch sehr, sehr oft die männlichen Archetypen in Frage, also er sagt schon, sein Vater war jetzt kein Bruce Lee, kein Bud Spencer, auch kein Spider-Man, also Spider-Man wird hier auch sehr, sehr oft zitiert und er denkt dann irgendwann, ja, die muss halt doch schon irgendwie so ein Spider-Man-mäßiger Held werden. Ich fand dann sympathisch auch, dass das nicht nur eine komplette Abwärtsspirale war und die Österreich hat auch für den zweiten Band drei Tage auf der Straße gelegt, um nur so ein bisschen Einblicke in das Pennerleben zu bekommen. Sorry, falls das abwärtig klingt. Fand ich nett, gerade im zweiten Band hat das für mich ein bisschen mehr dazu gewonnen. Auch wenn es schwer ist, das Ganze jetzt als gesamte Graphic-Nurveld zu bewerten, weil wir davon nur zwei Drittel gesehen haben. Ich benade die Leute, die das Ganze am Stück in so einer Gesamtausgabe lesen können. Wir können jetzt hier nur so eine kleine Bestandaufnahme machen. Ja, hat uns bisher gut gefallen, war ein angenehmer Lesefluss, war wirklich so ein schöner Page-Turner, wo ich am Anfang anhand der Thematik dachte, hm, jetzt wieder sowas Depressives. Das hat sich dafür, für diese Themen, die er anstreift, auch Alkoholismus, Pennerleben, verkorkste Existenzen, dafür hat sich das erstaunlich lockerflockig weggelesen. Punkt, den ich noch interessant fand, ist die Darstellung des Profus-Himmelsstoß, weil er hat ja ein Bild von seinem Vater drin, wie er ihn auf dem Arm hat, als er ganz klein ist. Und er sieht halt im Rufus-Himmelsstoß so gar nicht ähnlich, ne? Also den hat er, Rufus hat er eher als so eine typliche 70er-Figur, komplett übertrieben, mit so längeren Haaren und einen schönen, schönen bunten Hemd und so weiter gezeichnet, so discomäßig. Und das Bild von seinem Vater, das erweckt dann doch eher den Eindruck eines, ja, also so ein Handelsvertreter, so ohne lange Haare und alles. Und finde ich interessant, diese künstlerische Freiheit, die er sich da genommen hat. Und ich finde auch, gerade im zweiten Teil gewinnt das auch so ein bisschen an Tiefe, wenn jetzt Rufus, wegen zwei Adelskrone, Pilzdosen, totgeprügelt wird und er dann von Bernie, ein sehr großer Sympathieträger, so in diese Pennerwelt quasi eingeführt wird und er ihm dann so eine Predigt hält, also diese Predigt, die er hält, die ist quasi so in Kreisform gehalten, um zu zeigen, dass sich unser Rufus quasi gedanklich immer im Kreis dreht, dass er wirklich auf alle, auch während er als Penner lebt, auf alle nach unten herabsieht wie Dreck behandelt. Also diese Entwicklung, dass er jetzt ein bisschen was Gutes tun will, dass er sich um sein Kind kümmern will, um seine Frau kümmern will, dass er ja sogar auf eine sehr komische Art und Weise seine Ex mit jemandem verkuppeln will, der finanziell für die sorgen kann und dass auch die Frau mittlerweile eine Trinkerin geworden ist. Das fand ich alles schöne Beobachtungen und ich fand den Comic auch super stimmig gezeichnet, super stimmig gemacht, manchmal hat er mit Horror-Elementen gespielt, manchmal hat er mit Granol-Elementen gespielt. Das hat sich organisch deutlich besser eingefügt, als ich es am Anfang gedacht habe. Also ich habe das auch wirklich sehr, sehr gut weggelesen, wenn es mir am Anfang ein bisschen zu sehr unsympathischen Charaktere waren und trotzdem habe ich am Schluss mit Rufus auch mitgefiebert und habe gehofft, dass irgendwo noch die Kurve kriegt. Ob er diese kriegen wird oder nicht, kriegen wir, wie gesagt, erst im nächsten Band so wirklich raus. Er ist auf jeden Fall auf einem guten Weg, wie es scheint. Auch wenn wir sein Ende schon kennen, das ist natürlich ein ganz interessanter erzählerischer Kniff, dass wir gleich auf den ersten Seiten eigentlich gezeigt kriegen, wie es so zumindest tendenziell ausgehen wird. Und was ich interessant finde, ist, was der Breestorm sagt, dass wir den unmittelbaren Unfall ja gar nicht sehen. Das ist auch nochmal interessant. Wenn da wirklich rauskommen sollte, vielleicht war es ja gar nicht oder so. Das wäre nochmal ein Twist, mit dem ich jetzt bis eben nicht gerechnet hätte. Auch nicht, ich auch nicht. Und ja, das gefällt mir schon alles wirklich gut. Ich meine, die popkulturellen, wie gesagt, Anspielungen. Ich finde, er hat hin und wieder echt auch so ein paar Sachen da drin, die einfach optisch auch toll aussehen. Ja, wir haben so eine Disco-Szene im ersten Band noch, da stehen sie alle im Kreis und sieht sofort, wer im Zentrum des Dancefloors steht und so. Und das gefällt mir alles wirklich. Da ist viel Gedankenschmalz auch ins Design einfach geflossen, in die Panelgestaltung, in den Seitenaufbau. Das finde ich toll. Ich will mehr davon. Und was ich bis jetzt gelesen habe, gefällt mir auch tatsächlich sogar noch ein Ticken besser als Hector Umbra. Der ist nämlich meines Erachtens am Ende ein bisschen, also es ist halt abgedreht, abgedreht, dämonisch so, das weiß ich nicht. Ich finde es halt gut, wenn es eher so ein bisschen bodenständig ist. Und das ist Vatermilch meines Erachtens. Auch so ein Titel, Vatermilch. Da kann man ja falsch interpretieren, wenn man ja, kann man natürlich, ja, aber tatsächlich sind da verschiedene Interpretationsmöglichkeiten drin. Also zum einen könnte ja der Alkohol die Vatermilch sein, also die Milch des Vaters, ja, dass er dann auch quasi weiterreicht, so wie die Muttermilch quasi, um den Sohn zu ernähren und sei es halt nur als eine Form von Gedankengut, das er an sein Kind weitergibt, der dann ja zumindest auch dem Alkohol nicht abgeneigt ist hier in dem Buch. Ja, über Vatermilch und den Begriff Vatermilch könnte man sicherlich noch ein bisschen länger drüber nachdenken, gerade wenn man dann auch den Abschluss der Reihe kennen wird. Wir haben auch wirklich ein paar sehr schön gestriebene Dialoge, also wenn Bernie ihm zum Beispiel sagt, bleib mal von deinem hohen Spielzeugkross runter, Prinz Eisenherz, oder Rufus auch diesen einen Satz sagt, es ist nur vorübergehend, das Penalim, also den hörst du von Penalim auch immer wieder, ist nur vorübergehend. Also quasi fast schon was wie so eine Catchphrase da. Ich fand den wirklich sehr gut geschrieben, ohne die Authority, wäre das so ein Ding, das hätte ich vielleicht nicht gelesen, deswegen bin ich dankbar, dass ich auch solche Sachen dafür kennenlerne, lesen darf und sage, ja, das hat mich begeistert, ich freue mich auf Band 3, ich hoffe nur, dadurch, dass die jetzt den vierten Band kürzen mussten, dass die dritte Band ein bisschen zu überfrachtet wird, wenn er vier Bände die ganze Zeit in Aussicht hatte, dass er, ich hoffe, dass Teil 3 nicht komplett abrupt sein wird. Der ist ja noch in der Erstellung, aber da möchte ich wirklich gerne die Eigenwerbung nochmal machen. Hört gerne mal rein in die dann im Dezember erscheinende Ausgabe des Tele-Stammtischs, wo zwei erscheinen werden, weil ich noch eine im Verzug habe, die schneide ich gerade. Also, hört mal rein, tolles Interview, wird spaßig. Ja, liebe Leute, ich habe mich hier erschöpfend zu Vater Milch geäußert, habt ihr noch was zu ergänzen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein und aus genau dem Grund möchte ich euch, liebes Publikum, einfach mal frohe Weihnachten wünschen, vor allem schöne Feiertage, möglichst wenig Stress, möglichst easy durchs Land reisen, falls ihr das unbedingt machen müsst. Vielleicht müsst ihr das auch nicht, vielleicht wollt ihr euch einfach mal ganz beschaulich im kleinen Kreise treffen und nicht hin und her reisen. Vielleicht müsst ihr nicht auf irgendeine beschissene Weihnachtsfeier mit Kollegen, auf die ihr eh keinen Bock habt. Vielleicht könnt ihr einfach mal nur im kleinen Kreis rumgammeln, ist ja auch nicht schlimm. Und wenn ihr wollt und euch vielleicht ein bisschen einsam und langweilig ist, dann kommt doch gern vorbei in den Chatgruppen der Comic Cookies. Dort ist immer auch ein bisschen Wärme für euch noch übrig, glaubt mir. Lieber Breed Song, auch dir frohe Feiertage und einen guten Rutsch und auch dir lieber Patrick. Ich fand es heute wieder sehr schön und ich mache jetzt keinen Witz, in dem das Wort Sack vorkommt. Tschüss. Da hat es uns jetzt aber auf dem Sack. Feliz Navidad.